Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Reise nach Nordland Wir sind aktuell dabei, unser Gebiet ein bisschen zu- oder auszubauen Ich bin tatsächlich gerade auch immer überlegen, ob ich hier irgendwie Palisaden hinsetze Aber wie ihr seht, ist es sehr lückenhaft Hier oben könnte ich es zwar besser bauen Aber, naja Ist natürlich jetzt auch nicht der Burner Wir fangen auf jeden Fall mal an, hier alles abzubauen Wir holen hier auch schon Die ersten Truppen hoch Die ganze Abprobe und überall alles ab Den können wir tatsächlich mit den zweiten Brunnern Und den zweiten Gegenstock gebrauchen Bauarbeiter, let's go Ja, das Blöde ist, hier oben haben wir noch keine Essens- oder keine Nahrung wirklich Okay, okay, okay Pause, Pause, Pause Hält nach unten Genau das ist der Fakt, den ich meinte Jetzt komme ich sehr von hier hinten Zwei Helden müssen Okay, die zehn Könnt ihr schnell diesen Turm bauen Das wäre auch sehr wichtig Okay, sehr gut Unser Held Okay, eine Soldat hier oben Nein, Bogenschutz, zu mir gehst du Geh in dein Turm Das ist, wenn die Hunger haben, machen die was sie wollen Ich finde das so schrecklich Hier oben raus Das ist der Grund Warum ich erst mal die Türme bauen wollte Weil sonst hätten sie jetzt hier oben wieder alles weggehauen Okay Kann man natürlich auch machen Einfach den Bären killen Da kommen direkt noch mehr Tierstück Gott Geht da unten und esst was Ganz einfach, Leute Geht da unten Können wir jetzt wieder entlassen Wir rennen halt überall rum Ich verstehe es nicht Weil es sind so viele, dass wir hier oben erstmal die Türme bauen müssen Jetzt als nächstes Ich brauche wirklich die Türme hier Als allererstes Egal was ihr verbauen wollt Baut diese blöden Türme aus Dass unsere Soldaten da hingehen können Können wir jetzt auch noch Gold abbauen Können wir jetzt auch noch Gold abbauen Okay Sobald das dann hier fertig ist Dann haben wir erstmal alle Zivilgebäude Soweit Bruchstein Hier oben noch ein bisschen Bruchstein Drehstück Und oben Eins Und einer noch Hier rein Ich will die drei hier draußen haben Ich will die drei hier draußen haben Lammbogen Schon mal der Trumpf fast fertig ist Hinten stoppen Ah Leute Bruchstein Sehr gut Ich schätze mal Der nächste Eingriff wird wieder von rechts kommen Dass die sich immer so abwechseln Aber in erster Linie Sollen sie erstmal die ganzen Raum ausbauen Und generell die Produktion hier oben anwerfen An Die Brüden Zwei wollen da hinten den Schreiner bauen Okay Mehr aus Wenn ich schon irgendwo einen Bogen höre Da werde ich jetzt schon langsam paranoid Okay Dann können wir Euch rausholen In diesem Turm stecken Ich muss hier oben auch wieder Massen ein Bäcker bauen Ich habe den Platz hier gar nicht dazu Und jetzt alle das da hinten Ich glaube es nicht Es reicht wenn es ein einziger macht Und der Rest soll schon mal anfangen die Türme zu bauen Was fällt euch denn Nichts Okay Du brauchst hier einfach noch den Brunnen Das ist schon mal wichtig bevor jetzt gleich die nächste Welle an Gegner kommt Oh weiter Erlöscht mich Wir müssen anfangen hier die Viehzüchter und Bäcker zu bauen hier oben An sich sollten drei Viehzüchter da oben reichen Dann brauchen wir hier als allererstes eine Raum Eine Mühle direkt daneben Und fangen hier mit unserer Produktion an wieder Ein Stück Brunnen Hier noch im Brunnen hin Bäckerei Da noch mal eine hinsetzen Und eins Drei Bienenstock Wunnen Aber in erster Linie will ich ja schon die ganzen Machttum hier fertig haben Also die Jungs Ich muss hier einfach geschütte Brunnen fertig Ich muss hier einfach geschütte Brunnen Ich muss hier einfach geschütte Brunnen Ich muss hier einfach geschütte Brunnen jeder turm stand auch gleich soweit dass ich den hier schon mal bauen kann militär und wir drücken da noch mal einen hin hier daneben noch mal einsetzen den langen bogen brauchen hier oben jetzt einiges deswegen brauchen wir hier es wird die form die normalen gebäude sind komplett außer acht aktuell womit ich auch gar kein problem habe ich weiß trotzdem nicht wo unsere ganzen leute sind dass ich vorhaben zu bauen oder was ich gerade machen auf dem weg weiß hier Drei, drei, vier. Wir haben ja einen hier. Ah, da, an dem Turm sind sie. Den schicke ich lieber an den Turm. Ah, boah, lehm. Das Star wird abbauen. In sich würde ich auch gerne sehen, jetzt langsam mal, wie es bei unserem Gegner aussieht. Ah, da will ich die Wachtturm hier fertig haben. Um die, wo Richtung Norden zeigen. Die Fische sind zwar noch fleißig, aber trotzdem, brauche ich mehr Bäcker. Oh, holz. Dann machen wir einfach noch Buschsteine zu. Und dann durch da arbeiten. Ich will doch einfach nur den einen Wachtturm schon mal fertig haben. So, weiter, hier, der Wachtturm. Wer will ist, Barmer. Das wird Müller werden, weil sonst haben wir langsam ein Mehlproblem. Ein Mehlproblem habe ich keine Lust drauf. Wir nehmen diesen Zivilisten, lassen ihn hier hochlaufen. Und dann, wenn doch der hier fischen, wenn es da was findet. Beziehungsweise hier oben erst mal. Das wird ja noch ein Weizen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hochstein. Sag Scholtz. Oh. Ich weiß es nicht. Zivilischt? Fischer. So, jetzt sind wir noch mal ein paar Fischer. Fischer, aber die setze ich hier unten hin. Da hin. Ah, passt. Der Wachtturm ist gleich ready. Da sind sie überall dran. Der Wachtturm ist gleich relevant. Hm. Mal schauen, können wir hier noch mehr bauen. Ja, langsam aber sicher. Vielleicht noch irgendwo eine paar Reiche oben. Hier. Bienenstock. Wohnen. Wohnen. Bienenstock. Näherei. Noch eine Näherei. Zwischendrin noch ein Lagerhaus irgendwo. Ja, da ist schön. Und das sind noch zu viele äh. Da versteht es schon wieder hin. Oh Gott. Ja. Hm. Yep. wo sitzen die da hin das ist noch ein prozent die wir uns doch echt komplett verarschen 94 95 96 97 90 100 die halt den turm der keine ahnung kommen leute einschlag das ist alles langbogen redsbogen mit dem wachtturm sind zwei ich will ja schon soweit alle turben hier haben dann muss ich hier ganz viele bäckereien bauen alles soweit freimachen ich kann hier eigentlich noch mal eine kassonne hinbauen schmiede nuspräge brauchen wir auch noch um da hingesetzt werden alchemie soll ich ja eigentlich auch hier oben bauen ich warte bis ich das holster abgebaut habe ich muss mal kurzbogen die ganze leute sind da nur auf essenssuche abhol nehmen du hast die hier oben neben abbauen wie sieht sie mit essen aus zusami jetzt kann es sein dass die die ganze zeit schon wieder hunger haben hier stürpelt vor hunger ach gott also falls sich jemand hier bei dem spiel auskennt und weiß warum ich die ganze zeit hier so ein nahrungsproblem habe das wird gerne in die kommentare schreiben irgendwas mache ich ja falsch da kommt auf jeden fall schon mal die gegnerische armee zumindest ein teil zumindest ein teil ok die türme werden gebaut die soldaten rennen da oben lang ups hier dazwischen wäre auch noch schön aber da steht hier der wegweiser wenn der wegweiser weg ist dann kann ich das auch machen dann kann ich die null ah die null ist weg wenn der oben lang ups sorry das ist jetzt die frage brauchen die die unterstützung indem ich jetzt verteidigung mache und schon einige das lebo da oben jetzt rumrennen sollen sich einfach mal da verschanzen unglaublich die rennbissgrenze unten jetzt hin zum essen holen bretta ist auf jeden fall es ist sehr wichtig dass ich hier die türme zumach das ist wir hier 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 die haben es geschafft doch zu dank wir haben wir alles offen sehr gut so spielte einmal den turm reparieren das ziemlich geschwächt aber wie es weitergeht werden wir in der nächsten folge sehen ich werde jetzt hier erstmal die ganzen turme die verteidigung bauen wird dann werde dann aber im selben zu da kommen schon die nächsten bitte kurz nicht wegrennen ok sie rennen wieder weg war zwar ziemlich schwer geschwächt aber wir haben es wohl hinbekommen dass diese jetzt nicht mehr direkt ihre herkommen und sie rennen wieder zu sich ok alles klar ich hoffe euch hat die runde gefallen wir sehen uns beim nächsten mal bis dann tschüss